Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr anscheidet. Mein Name ist Mel und heute will ich euch einen leckeren Thai-Böcker vorstellen. Das Rezept findet ihr in den Informationen und am Ende des Videos. Genießt das Video Rezept. Enjoy the Video Rezept. Für die Burger-Patties benötigen wir Hackfasch, Rotes Curry, Kaffee Limitenbrat, Fischen-Koriander, Knobbrau, Pufferkohne, Pamsuka und Fischsoße. Für die Burger-Patties brauchen wir Minced Pork oder Beef, Red Curry, Kaffee Limeleaves, Fresh Koriander, Garlic, Black Pepper Seed, Palm Sugar und Fischsoße. Als Belag nehmen wir Fischen, Salat, Tomate, Gurke, Gouda mit Eid, Bacon, Rotes Biber und Erdnusssoße. Für die Toppings brauchen wir fresh lettuce, Tomato, Cucumber, Gouda Cheese, Bacon, Red Onion und Peanut Sauce. Schon kann es losgehen. Als ist das Challenge für den Knoblau. Let's start. At first we peel the garlic. Wir hacken den Koriander und das Kaffee-Limited-Bratmer licks fine. We chop the Koriander and the Kaffee-Limeleaf finely. Kaffee-Limendenblätter bekommt ihr in jedem gut geführten Asia-Shop. Wir haben sie tiefgefroren gehofft. Natürlich anwenden wir den Stück Frommblatt, bevor wir losen hacken. Sure, we remove the stalk before we chop. Als nächstes geben wir den Knoblau für Kornel, Palmzucker und das Curry in den Möse und setz Stoßen alles. Als nächstes we add the garlic, black pepper seed, Palmzucker and the curry into the mortar and crush it always. So sollte unsere Gewussmischung am Ende aussehen. So our spice mixture should look. Wir geben das Hackfasch in die Schusserfugel, die Fischsoße und die Gewussmischung hinzu. We add the minced meat into the bowl and add the fish sauce and spice mix inside. Wundert euch bitte nicht, warum wir das Fleisch nicht salzen. Es ist genug in der Fischsoße drin. Wir knieten das Fleisch so lange bis sich alles gut vermengt hat. We kniet the meat so long until it's always mixed well. Wir baten ein Stück Fleisch an, um sicher zu gehen, dass es ausreichend geworden ist. We fry a piece of meat to ensure that it's sufficiently seasoned. Unsere Fischmaße bedurfte keiner weiteren Busser. Our meatmaß don't need more spice. It was perfect. Wir wagen das Fleisch zu circa 100g ab, damit wir später gar große Patties haben. Als nächstes formen wir uns schöne Fischbärchen. Als nächstes wir rollen uns some nice meatballs. Zum Schluss knieten wir uns nur noch die Patties. Mach diese ein wenig größer als die Burgerbroschen, da diese bei grillen keine werden. Finally, wir knieten uns die Patties. Das macht sie ein bisschen größer als die Burgerbands. Weil sie kleiner werden während der Grillen. und dann schneiden wir uns nur noch die Toppings so rein. Bevor wir starten zu grillen, we just cut the Toppings. Warum die Burger in der Funne Braten? Leute, schmeiß eurem Kion. Die Grill Saison hat begonnen und hat nie geendet. Warum die Burger ist in der Pfanne? People, throw it on your grill. The barbecue session has started and never ended. Sind Ursula Kollenhais schmeißen wir schon das Fleisch auf dem Grill. Wenn unsere Kohl's are hot, we throw the meat on the grill. Heute benutzen wir für nötigen Beerkorn. Nicht wie das letzte Mal. Das war der Weihnachtsschande. Wir wenden die Patties und legen auch schon den Käse zum schmeißeln drauf. We flip the Patties and place already the cheese to melt it. The Patties are done. The cheese is melted. We're just grilling the bacon ready. If the bacon is crispy, we go quickly inside, because it's very cold outside. Lasst uns nun den Burger bauen. Wir halbieren das Brotchen und toasten erst. Wir steigen ausreichend erst Nusssoße auf das Brotchen. Das letzte findet ihr in einem anderen Video. Ich werde es hier ebenfalls verlinken. We spread enough peanut sauce on the bun. The recipe can be found in my other videos. I will also link here. Baut den Burger so zusammen, dass er euch schmeckt. Wir haben einen grossen Doppeltei-Burger gebaut. Build the Burger together so that it stays to you. We have built a big Doppeltei-Burger. Sieht er nix zum Arbeissen aus? Does it not look tasty? Unser Big Tasty Double Thai Burger ist fertig und bereit gegessen zu werden. Happy, du hast ihn wirklich schön vorbereitet. Mayo, thank you for this nice compliment. Our Big Tasty Double Thai Burger is ready for eat. Mayo, and thank you very much for this fantastic burger result. It is really very tasty. Wir haben rotes Curry aus Sud-Thailand genommen. Das ist sehr scharf. Well, as matter would, ernehmlich sich Panang Curry. Das ist ebenfalls im Asia-Shop erhältlich. We have used Red Curry from South of Thailand. It is very spicy. Who wants it mild more? Please use Panang Curry, which is also in Asia-Shop available. Thank you so much for your patience. I wish you much fun while cooking it. See you next time. Your Heavy Wower. If his Will Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020